Hallo, ich bin die Jane, das ist die Sabine. Wir sind Aroma-Expertinnen aus dem Hospiz St. Vincent und würden euch heute gerne eine Aroma-Mischung vorstellen, die super in den Advent passt, die nicht nur gut duftet, sondern auch eine tolle Wirkung hat. Dazu benötigen wir Lavendelöl, hat eine beruhigende, regenerierende Wirkung, Orange eine stimmungsaufhellende und Vanille eine wärmende und einhüllende Wirkung. Das Ganze kommt in 70-prozentigem Alkohol, der dient als Emulgator und dann verschütteln wir das Ganze, die ätherischen Öle und den Alkohol, das kommt dann in eine braunen Glasflasche und wird mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Diese Mischung können wir nicht nur direkt als Raumspray benutzen, sondern können sie auch auf Natur- und Stoffmaterialien sprühen, wie zum Beispiel unsere Adventsdeko. Eignet sich auch super auf Filz oder direkt aufs Tannengrün. Wichtig ist, immer gut schütteln vorher. Ganz wichtig auch noch, bitte keine synthetischen Öle aus dem Supermarkt besorgen, sondern nur naturreine Öle von anerkannten Herstellern. Und jetzt wünschen wir euch noch eine dufte Adventszeit und ein gesundes neues Jahr.